Denken eure Männer auch einmal die Woche an das Römische Reich? Dann haben wir hier drei Filmtipps für eure Jungs, wenn sich ihre Gedanken mal wieder im Kreis drehen. Ridley Scott's Gladiator mit einem Oscar-prämierten Russell Crowe in der Hauptrolle strotzt nur so vor römischer Manneskraft. Hier gibt es blutrünstige Kämpfe, merkwürdiges Cosplay und auch ein paar flauschige Tiger zum Streicheln. Falls euer Partner doch eher zart beseitet ist, empfehlen wir Asterix Erobert Rom. Die Geschichte lässt sich historisch zwar nicht so ganz belegen, macht aber trotzdem Spaß. Und als ergänzendes Trinkspiel könnt ihr jedes Mal ein Glas Rotwein echsen, wenn sich im Film jemand einen Zaubertrank hinter die Binde kippt. Wenn sich die Gedanken eurer Männer so weit in der Vergangenheit aufhalten, dann könnt ihr ihn natürlich auch so einen richtig alten Schinken auftischen. Mit dem Filmklassiker Ben-Hoo ist er erstmal dreieinhalb Stunden beschäftigt und kann zeitgleich beim legendären Wagenrennen ein bisschen Inspiration für die nächste E-Roller-Tour abstauben. Ihr könnt ja in der Zeit etwas Sinnvolleres machen.